Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Der nächste Herrenabend Light steht vor der Tür. Mein Livestream unter der Woche. Morgen Donnerstag ab 20.30 Uhr geht es weiter. Und zwar natürlich mit Yes, Your Grace. Wir haben das letzte Mal angefangen und setzen das Ganze fort. Ich freue mich schon sehr darauf, weil die Geschichte sehr interessant, sehr spannend war. Das Spiel gefällt mir wirklich bis jetzt sehr, sehr, sehr gut. Falls ihr den ersten Herrenabend Light dazu nicht gesehen habt, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr einsteigen könnt. Entweder ihr kommt einfach so mit rein, ich erzähle kurz, was passiert ist. Oder ihr könnt alles nochmal nachsehen. Ich habe das in fünf Folgen geschnitten, habt ihr vielleicht schon gesehen. Auf dem Kanal mache ich sonst nicht bei Livestreams, dass ich die auf den Kanal setze. Aber hier habe ich eine Ausnahme gemacht, weil das eine relativ lineare Geschichte ist. Und dann hat man zumindest die Gelegenheit, gut wieder reinzukommen. Also nutzt es, wenn ihr Lust habt. Morgen kommt da die letzte Folge und dann geht es gewissermaßen morgen Abend aktuell weiter. Ich freue mich drauf. Seid dabei, bis morgen 20.30 Uhr. Macht's gut, euer Steinball.